Der Thronwechsel in Großbritannien und die Übernahme der Amtsgeschäfte durch König Charles III. ist inzwischen über die Bühne gegangen, ist Geschichte und immer mehr Staaten gewöhnen sich an das neue Staatsoberhaupt König Charles und immer mehr Münzen werden auch das Bildnis des neuen Königs von Großbritannien zeigen. Die Frage, wie es mit Charles auf Münzen weitergeht, bewegt aber weiterhin viele Münzensammler in aller Welt, viele Anleger ja auch, weil die britische Königin Elisabeth auf vielen Anlagemünzen zu sehen war. Und da ist mir in den letzten Tagen etwas aufgefallen, was für mich durchaus eine spannende Entwicklung ist. Es hat nämlich der Inselstaat Niue neue Münzen vorgestellt, die nicht mehr das Bildnis des britischen Monarchen zeigen, sondern das Landeswappen. Und das ist aus meiner Sicht total spannend, weil Niue zum einen ein Ausgabeland ist von Sammlermünzen, aber auch von Anlagemünzen und weil bis zuletzt die britische Königin Elisabeth auf diesen Münzen abgebildet war. Und in Online-Münzkatalogen werden diese Münzen auch der Münzepoche von König Charles zugeordnet. Sie tragen aber nicht das Bildnis von König Charles, sondern eben das Staatswappen von Niue. Und das ist aus meiner Sicht total spannend. Man weiß noch nicht hundertprozentig, ob das jetzt eine dauerhafte Entscheidung ist oder eine Übergangslösung. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ein Land, das jahrzehntelang die Queen auf ihre Münzen gebracht hat, jetzt übergangsweise das Staatswappen zeigt und dann wieder zurück zum nächsten Monarchen geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier dieses Land nun den Anlass nimmt, um König Charles von den Münzen zu verbannen und künftig die Eigenstaatlichkeit mit dem eigenen Staatswappen zu betonen. Sowieso müssen wir im Blick behalten, dass im Commonwealth gerade eine ganz große Bewegung im Gange ist. In vielen Ländern wird diskutiert, ob man König Charles überhaupt noch auf den Münzen abbilden soll. Und gerade was ich so in den letzten Tagen gelesen habe, viele karibische Staaten preschen gerade vor und befördern die Diskussion, ob man künftig noch König Charles als Staatsoberhaupt einsetzen möchte und ob er dementsprechend auch auf Münzen abgebildet werden sein soll. Ich denke da beispielsweise an Barbados. Die sind weiterhin Mitglied des Commonwealth, haben aber im Jahr 2021 die Verbindung zur britischen Krone aufgehoben und diese Personalunion mit Großbritannien und seitdem hat Barbados ein eigenes Staatsoberhaupt, eine eigene Staatspräsidentin und zeigt eben auch schon seit längerer Zeit nicht mehr den britischen Monarchen auf den Münzen. Ja und es gibt viele andere Länder, in denen ähnliche Entwicklungen im Gange sind. Ich denke da beispielsweise an Jamaika. Da kennen wir ja auch die Geschichte, dass es da ein Staatsbesuch gegeben hat von Prinz William und Kate in Jamaika und wo der Premierminister ziemlich provokant bei diesem offiziellen Besuch gesagt hat, wir wollen ein unabhängiges, ein entwickeltes und ein reiches Land werden, was offenbar ein Gegensatz ist zum jetzigen Zustand und sie möchten bis 2025 aus dem Commonwealth austreten. Ja und auch in einem anderen Land, was jetzt auf der Landkarte erstmal nicht so leicht zu finden ist, aber in der Welt der Münzen durchaus eine Bedeutung hat, nämlich Antigua und Barbuda. Da hat der Premierminister gerade bekannt gegeben, dass ein Referendum innerhalb der nächsten drei Jahre stattfinden soll über den Verbleib im Commonwealth und damit auch gleichzeitig die Vereinbarung König Charles als Staatsoberhaupt zu nutzen. Fassen wir also einmal zusammen. Bisher haben sich zwei bekannte Bullienländer für Charles entschieden. Das ist einmal Kanada, wo der Maple Leaf gerade vorbereitet wird mit dem neuen Bildnis von König Charles und Neuseeland hat sich auch entschieden, Charles abzubilden mit einem sehr eigenwilligen, mit einer sehr eigenwilligen Interpretation des Königs aus meiner Sicht. Offenbar ein Nein gibt es bei Newey, wo eben die ersten Münzen mit dem Wappen statt dem Effigy des Königs abgebildet werden. Und umso spannender ist für mich, wie sich andere Länder entscheiden werden, nämlich Australien und auch Tuvalu als Land, was sehr stark mit Australien in Verbindung steht und was sehr viele Anlagemünzen und Sammlermünzen rausbringt. Wir werden euch an dieser Stelle auf jeden Fall auf dem Laufenden erhalten, wenn sich etwas Neues ergibt zum Thema Charles auf Münzen.